Also, ich mache ein Gewinnspiel und zwar man kann eine 15 Euro Nintendo eShop Karte gewinnen. Wie kann man gewinnen? Ist ganz easy. Und zwar, ich habe mir ein Miiverse Account und auf dem Miiverse kann man Bilder mal Nachrichten schreiben, etc. Und ich habe mir gedacht, wir können es mal so machen, ihr könnt mir alle auf Miiverse eine Nachricht schreiben und die kreativste Nachricht gewinnt eine 15 Euro eShop Karte mit freundlichen Unterstützung von einem Freund von mir, der mir die Verfügung stellt bei der Welt. Naja, egal. Auf jeden Fall, das Einzige, was ihr tun müsst, ist mir auf Abonnieren, Liken und natürlich mir auch Miiverse folgen und eben einen Nachricht schreiben. Nicht fair, oder? Ja, ich wollte halt einfach mal wieder ein Gewinnspiel machen, deshalb mache ich das jetzt. Ja, das gibt es mal anders bekannt. So, Teilnahmes Plus ist der 22. Juli, also, ne, 21. Juli am Release von The PlayStation 2 ist Teilnahmes Plus. Da werde ich dann den Gewinner bekannt geben, also in gut zwei Wochen. Und ja, viel Spaß beim Mitmachen, ne? Und ja, viel Spaß beim Mitmachen.